CHS for Future ist eine Initiative engagierter Lehrkräfte und begeisterter Schülerinnen und Schüler und wir haben es uns zum Ziel gesetzt Schule und Nachhaltigkeit miteinander zu vereinen. Wir setzen Schritte um nach und nach klimaneutraler zu leben, vor, während und nach der Schule. Dafür schaffen wir das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil, fördern den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur und zeigen, dass Verzicht auch Gewinn bedeuten kann. Hier am CHS sind diese Prinzipien Teil des Schulalltags und werden auch im Unterricht gelebt. Im Endeffekt sind wir das alle. Jeder trägt seinen Teil bei, denn mit vielen kleinen Schritten von Einzelnen können wir gemeinsam einen weiten Weg zurücklegen. Wir im Kollegium finden, Nachhaltigkeit ist ein essentieller Bestandteil unseres Bildungsauftrags und wir möchten den Jugendlichen die Tools für den Weg in eine nachhaltigere Zukunft mitgeben. Was in der Schule theoretisch erarbeitet wird, soll dann auf Exkursionen bei Betriebsbesichtigungen und in Workshops wirklich erlebt werden. So wird Wissen erworben und Erfahrungen gesammelt und der Blick über den Tellerrand ermöglicht. CHS4Future findet man bereits in ganz kleinen Gesten, wie zum Beispiel dem eigenen Kaffeeheferl statt den Wegwerfbechern bei den Getränkeautomaten oder den klassenweiten Plastikstöpsel-Sammelaktionen. Eine größere Reichweite haben dann schon Aktivitäten, die unsere Abteilungen vorbereiten und durchführen. In der Mode haben wir zum Beispiel die Kleidertauschbörse oder Upcyclingprojekte der höheren Kunst. Der Medienzweig berechnet gerade die CO2-Bilanz unserer Schule und in den Wirtschaftsklassen gibt es den Veggie Day. Das Highlight unseres CHS4Future Jahres war aber auf jeden Fall der schulweite Aktionstag im Oktober. Schulweit. Alle Klassen, alle Lehrer, alle Schüler. Ein ganzer Vormittag lang Projekte, Exkursionen, Ausflüge, Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit. Immer. Nachhaltigkeit ist Bestandteil in fast allen Unterrichtsgegenständen. Es gibt über das gesamte Schuljahr verteilt, Aktivitäten und Projekte zum Thema Nachhaltigkeit. Und das Wichtigste, es zieht sich von der ersten bis zur fünften Klasse wie ein roter Faden durch die Ausbildung an unserer Schule. Und wir freuen uns schon, wenn auch du bald mit dabei bist, unsere Zukunft zu gestalten. Bist. 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 Bist.